Leimart. Was ist heute gemacht? Er ist wirklich europäisch zugelassen. Jetzt dreht man den Dienst und dreht den Leim. Er hat eine Art Leim. Auf diesem Leim hier. Man muss mit sehr vielen Gefühlen, die er beherrscht. Schaut mich nachher. Ich hätte die Etikette drauf montiert. Ich bin ein Profi, weil ich es schon mal gemacht habe. Ich habe ihn noch nicht. Er schaue ihn noch nicht an. So. Jetzt nicht viel Feingefühle. Ich kann es noch schnell nachher haben. Haben wir es? Noch etwas zu mir. Schön gemacht. Perfekt. Dann nimmt man das hier. Und streift das hier. Innen gegen außen. So. Und es ist schon fast schade, dass es so schön ist. Und der ist 95 Kilo schwer. Heimers Boys. Das wollen wir Ihnen noch zeigen. Dann kommst du ja. Dann können wir noch schnell ausrufen. Das ist einfach über 90 Kilo. Das ist einfach über 90 Kilo. Dann wird es gleich nach der Zeit. Dann wird es mal so ausgelenkt. Dann wird es mal so ausgelenkt. Ein bisschen breiter. Das ist der beste Weiss. Ist es gut? Ja. Hau es auf. Das Nummer ist auch ein Nasspunch zu uns. Das Nummer ist auch ein Nasspunch.